Wirtschaftlich sage ich es noch einmal, das ist meine Überzeugung, sie haben Deutschland und Europa heruntergewirtschaftet und da kam ihnen dieses Virus genau richtig, um ihr eigenes Versagen zu vertuschen und es dieser Feldpandemie zuzuschreiben, dass sie diese und weitere Lockdowns machen mussten. Und übrigens, in China gab es keine Impfung und sie tanzen und feiern wieder, als hätte es keine Pandemie gegeben.